Ich will erst mal kurz eine Frage stellen, wer von euch bezeichnet sich denn so als Profi im Thema Immobilieninvestment? Also Arne darf sich auf jeden Fall melden, Conny, du auch? Ne? Okay, dann brauche ich nicht so viel Angst haben, nein Quatsch. Wer hat denn schon investiert in Immobilien? Würde ich gerne mal wissen. Der von euch, okay. Okay, aha, okay. Und wer würde gerne so anfangen und sagen, ja doch in der nächsten Zeit, da bin ich am Überlegen, am Plan. Sehr cool, ja, finde ich super. Ich will euch ein bisschen erzählen, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, was man tun kann mit Immobilien, mit und ohne Eigenkapital ist die Überschrift von dieser Veranstaltung. Aber es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten und dann, wieso eigentlich Karibik und so ein verrücktes Zeug. Und ich habe gehört, es ist wohl auch Steuerkompetenz hier irgendwie im Saal. Wer ist hier so steuerlich, sehr versiert? Wird die anderen schon mal wissen, an wem man sich wenden darf? Ach, das ist ja wunderbar. Klasse, also wenn die Spezial... Ach, super. Ja, klasse. Ich finde das immer sehr gut. Also, die Frage ist, welcher Typ bist du? Welcher Investmenttyp bist du? Der eine sagt, ich stehe auf Sicherheit. Da hat Julian eben schon drüber gesprochen. Wenn man sicher in der nächsten Zeit keine Rücklagen bilden möchte, dann kann man zum Beispiel in Neubau investieren. Da weiß man, Neubau, das hat so und so viel Garantie. Da passiert erstmal nichts mit. Man hat keine Dachsanierung und, und, und. Oder auch sichere Orte, also zum Beispiel Hamburg, München, das ist Sicherheit. Da hat man aber manchmal nicht die höchste Rendite. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ah, Rendite, das ist Hauptsache, da kommt viel bei rum. Dann geht man vielleicht auch mal in ein bisschen unsicherere Gegenden oder aufs Dorf oder wo auch immer hin. Und das ist so eine Unterscheidung, wo ich sage, man muss ein bisschen gucken, was man selbst für ein Typ ist. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, kleine Schritte zu machen. Also, man fängt an mit vielleicht mal einer kleinen Wohnung oder man geht gleich große Schritte. Wollte ich euch mal fragen, wie viele von euch kennen denn das Cashflow-Spiel von Robert Kiyosaki? Ja, super, klasse. Ja, also zum Beispiel Conny, wir kennen uns sehr, sehr gut. Wir haben zusammen eine Mastermind und Conny richtet solche Spiele aus. Arne übrigens auch. Na ja, ihr organisiert die und so weiter. Da lernt man einfach, wie man investieren kann, ohne dass man selbst Geld einsetzt. Da lernt man spielen mit spielerischem Umgang mit Geld. Und es ist eine sehr gute Empfehlung. Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, hat darüber ein Buch geschrieben und halt ein Spiel entwickelt. Und da geht es halt an auch die Möglichkeit, große Schritte zu tun. Das heißt zum Beispiel, gleich Apartmenthäuser zu kaufen oder gleich in große Geschäfte einzusteigen, während man mit kleinen Schritten natürlich auch erst mal anfangen kann. Jeder ist da unterschiedlich und auch die Frage, wie viel Zeit hat man eigentlich, die einem noch bleibt, um vielleicht größere Dinge zu realisieren. Und dann gibt es Menschen, die machen solche Sachen gerne alleine, die sagen, Geld ist meine eigene Sache. Es gibt Leute, die geben das gerne komplett ab. Das seid ihr nicht, sonst werdet ihr ja heute nicht hier. Und es gibt Menschen, die machen das gerne im Team. Und die Frage ist, jetzt spreche ich ja hier vor Unternehmern, wie viel Verantwortung will man auch übernehmen? Also es gibt ja Immobilien, die sind komplett gemanagt. Da gibt man einmal Geld rein und alles wird gemacht. Und es gibt Immobilien, wo man vielleicht ein bisschen mehr selbst machen muss, dann aber auch mehr Geld rausholen kann. Das finde ich nochmal ganz wichtig, um diese Investmenttypen zu differenzieren. Ich bin überhaupt nicht aus dem Immobilienbereich. Ich bin wirklich private Investorin. Das heißt, ich verkaufe keine Immobilien. Die Firma JP Immobilien, das macht ja mein Freund. Ich plaudere nur aus dem Nähkästchen, wie ich mein Geld quasi darin anlege. Mein beruflicher Werdegang oder so meine Geschichte ist, ich wollte immer ins Ausland. Ich wollte immer reisen. Ich wollte viele Menschengeschichten kennenlernen. Ich habe dann Journalistik, Spanisch, Geografie studiert. Beim NDR Fernsehen Ausbildung gemacht. Volontariat, war da total glücklich. Bin dann den ganzen Weg gegangen und habe irgendwann gemerkt, ich opfere mich eigentlich viel zu viel auf. Ich mache eigentlich viel zu viel. Ich bin so ein Dopamin-gesteuerter Typ, der immer mehr machen möchte und immer weiter. Und dann habe ich irgendwann so eine Art, ja Burnout will ich nicht sagen, aber so kurz davor, riesen Bluthochdruck und so weiter gekriegt. Und da habe ich dann gemacht, okay, gedacht, okay, Leben ist wunderbar, aber irgendwas fehlt dir noch, irgendwie lebst du noch nicht das aus, was du leben willst. So habe ich, dass man mir dann selbst quasi analysiert. Und dann habe ich gesagt, okay, was willst du denn eigentlich machen mit deinem Leben? Also warum bist du denn eigentlich auf dieser Welt? Und habe dann irgendwann gesagt, ich muss was Eigenständiges aufbauen. Ich muss jetzt Unternehmerin werden. Bin dann von NDR weg, habe dann meine eigene Videoproduktion gegründet. Einer der Mitarbeiter, den SETA, der Frederik, der filmt heute. Und so machen wir dann halt Geschichten, bringen wir in die Welt. Wir erzählen Geschichten über Unternehmer, wir positionieren sie. Und das ist eines der Firmen im Network-Marketing, bin ich ein bisschen aktiv. Wie gesagt, als Investorin gründe gerade noch ein anderes Portal zur Vermittlung von Sichtbarkeit und von Positionierung für Unternehmer. Und so bin ich irgendwie viel glücklicher. Und da passt jetzt das Thema zu mit den Immobilien, weil es geht im Leben ja nicht immer nur hoch. Man hat ja auch mal Zeiten, da geht es runter. Jeder, jedes gute Unternehmen hat in seiner Geschichte irgendwie diese typische Geschichte. Es ging auch mal schlecht. Und es kann auch mal finanziell schlecht gehen. Und was Immobilien können, ist uns Unternehmer eine Sicherheit geben. Eine Absicherung in Zeiten, wenn es halt mal nicht so gut läuft. Oder wenn man vielleicht auch mal krank ist oder der Markt flaut. Weil Immobilien sichern uns ganz viel ab. Wir haben Wohnungen, wo Menschen drin wohnen. Und die ziehen nicht alle komplett aus. Das wäre schon sehr verrückt, wenn man eine Immobilie hat und die komplett verlassen wird. Wenn man ein bisschen gestreut hat. Und so hat man ein sogenanntes passives Einkommen, was auch funktioniert, wenn ich nicht arbeite. Und darum finde ich das als Unternehmer ganz besonders wichtig, sich so abzusichern. Vielleicht sogar wichtiger, als wenn man angestellt ist. Das finde ich halt ganz wichtig. Mittlerweile habe ich 26 Wohneinheiten. Das heißt, ich habe wirklich angefangen mit Wohnungen. Habe die dann verkauft, steuerfrei. Habe das Geld wieder reinvestiert. Bin erst kleine Schritte gegangen. Habe erst mit eigenem Geld, also mit Eigenkapital investiert. Und habe dann irgendwann durch das Cashflow-Spielen auch unter anderem gelernt, man kann ja viel mehr hebeln, wenn man auch noch ein bisschen Kredit aufnimmt. Und nicht alles in eine Immobilie reinpackt. Und dann habe ich unter anderem ein Haus gekauft. Und dann ging das Ganze voran. Und jetzt habe ich vier Häuser und noch ein paar Wohnungen. Und überall schön gestreut. In Leipzig, in Hannover, in Hamburg. Und dann bald hoffentlich auch in der Dominikanischen Republik. Ja, geholfen hat mir immer das Thema, sich mit anderen auszutauschen. Also sowas, was wir jetzt hier machen, das finde ich extrem wichtig. Masterminds zu gründen. Nicht zu sagen, ich weiß jetzt alles, sondern zu sagen, okay, ich habe eine Kompetenz, du hast eine Kompetenz, lass uns austauschen. Netzwerk und Unternehmer denken, Unternehmer einfach machen und auch Fehler machen. Auch mal keine Angst davor haben, vielleicht eine Immobilie zu erwerben, die nicht sofort super funktioniert, sondern die dann vielleicht ja zu verbessern oder auch zu verkaufen und zu merken, okay, man muss auch lernen. Das ist auch ein Lernweg. Genau. Der Weg von festangestellt über Selbstständigkeit hin zu Unternehmer und Investorin. Das ist so meine Sache, mein Weg gewesen. So, und jetzt möchte ich gerne, wir sind ja auch hier, um uns ein bisschen kennenzulernen und zu verknüpfen. Ich habe ja davon gesprochen, wenn man Team, im Team zusammen was macht, ja. Und einer meiner Teampartner ist der Arne. Wir haben ein Haus zusammen gekauft, also wir sind wirklich Investmentpartner zusammen. Und wir haben uns bisher sehr, sehr gut ergänzt. Das wird ja hoffentlich in der Zukunft auch so bleiben. Und warum funktioniert das gut? Weil man immer oder häufig einfach mal die Gegenseite sucht. Und da wollte ich euch mal fragen, dass ihr mal einfach Hände hebt. Wer von euch sagt denn, ich bin ein Mensch, der auf Sicherheit steht? Der möchte gerne Sicherheit, okay? Das sind ja nicht so viele. Ja, ich hätte ja, gut, hier sind ja Unternehmer, ne? Klar. Und diese Sicherheitsmenschen, die können sich sehr, sehr gut vielleicht verknüpfen mit jemandem, der auf Rendite steht, weil man dann einfach auch ein gutes Team hat. Das heißt, die anderen sind alle sehr renditeorientiert. Ja, 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 die Augen leuchten. Ja, ja, klasse. So, und was gut ist, wenn der eine Bonität hat, das heißt, der hat zum Beispiel schon sein Unternehmen sehr lange oder hat eine feste Anstellung, ist vielleicht ein Arzt oder ein Anwalt oder irgendwer mit sehr guter und hoher Bonität. Und der andere Mensch hat vielleicht Eigenkapital, weil der gut gewirtschaftet hat, wenn er mich an die Seite gestellt hat. Da können wir doch mal eine Geld- oder eine Probe machen, wer hier über Geld sprechen will. Wer meint denn von sich, er hat ganz gut Geld auf dem Konto? Das ist jetzt auch für mich sehr interessant. So, sehr schön. Sehr schön, gut, könnt ihr nachher kommen. Und wer meint, er hat eine gute Bonität, weil feste Anstellung. Ja, solche Teams sind übrigens klasse. Dann ist immer das Ziel, was man mit Immobilien machen kann, ist Kapital aufbauen. Das habe ich zum Beispiel bei meiner ersten Immobilie gemacht. Ich habe wirklich da drin selbst gewohnt. Hatte eigentlich vor, die nach einem Jahr wieder zu verkaufen. Ich habe in Eimsbüttel eine Immobilie gekauft, schon vor zehn Jahren, weil ich so ein bisschen gedacht habe, hm, das könnte was werden mit den Immobilien. Das ist spannend. Da haben übrigens alle Leute gesagt, das ist ein bisschen bekloppt und macht das ja nicht viel zu teuer, vor zehn Jahren. Ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich manchmal so ein bisschen eigenen Kopf habe. Und habe dann damit durch den Verkauf, übrigens habe ich das nicht hingekriegt, nach einem Jahr zu verkaufen, weil in Eimsbüttel, da wohnt man super, zum NDR, das war total nah. Ich habe es nicht geschafft. Ja, ich habe dann da insgesamt sieben Jahre drin gewohnt. Und dann hatte ich natürlich ganz gut auch Kapital gewonnen. Das habe ich dann wieder eingesetzt. Das heißt, ich habe mit meiner Immobilie Kapital aufgebaut. So, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Kapital zu sichern, weil man das Geld da reinpackt und das damit hebeln kann. Und nochmal, wie wir eben gehört haben, auch mit Fremdkapital von der Bank das zum Beispiel hebeln kann. Und auch da kann man sich ganz gut ergänzen. Und vielleicht machen wir jetzt nochmal eine Probe. Wer hat denn Erfahrung und Wissen im Immobilienbereich? Ja, okay. Und diese Menschen sind auch wieder für die anderen interessant, die alles anderes bieten. Also man kann im Gegenzug Geld bieten, Bonität bieten und so kann man miteinander ko-investieren. Ja, genau. Man muss natürlich den Willen haben, auch gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und ganz wichtig ist es dabei, sich natürlich richtig gut zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, wie man das zusammen machen möchte. Genau, dann gibt es jetzt das Thema, wieso denn Karibik? Das ist schon das Video, genau. Das ist das Grundstück, was ihr da seht. Und zwar nicht weit vom Strand entfernt. Sechs Minuten, wenn man ganz gut zu Fuß ist. Ein bisschen länger braucht, dann dauert es halt so sieben, acht Minuten. Also, Also, es ging jetzt sehr schnell los. Ich wollte eigentlich da noch eine kleine Überleitung zu sagen. Also, Co-Investments, hatte ich ja gerade erklärt, ist sehr, sehr sinnvoll, auch für größere Projekte zum Beispiel. Dieses Projekt Wave 23 ist angelegt als größeres Projekt. Wir werden dort in der Karibik 19 Wohnungen bauen, das, was ihr gerade gesehen habt. Und wie kommt man auf so eine verrückte Idee und was haben wir damit überhaupt vor? Ich habe ja schon eben gesagt, manchmal muss man als Unternehmer ja auch Sachen sehen, die vielleicht andere noch nicht sehen. Ein bisschen weiter nach vorne schauen. Wir haben ganz normal immer Urlaub gemacht in der Karibik und waren da am Strand in schönen Anlagen und haben dann da Zeit gehabt nachzudenken. Und haben gesagt, wenn wir doch jetzt so ein bisschen Geld irgendwann mal haben, was wollen wir damit tun? Also, was ist unser Warum im Leben? Wir wollen Spaß haben, wir wollen ja auch ein bisschen luxuriös leben. Wir möchten gerne auch das Geld für vernünftige Zwecke ausgeben und haben dann überlegt, ja, lass uns doch mal schauen, ob man hier irgendwie eine Villa erwerben kann. So, und die Preise gingen. Also, das war jetzt gar nicht so was von unerschwinglich, anders als in anderen Orten, ja. Und dann haben wir aber überlegt, okay, und was wäre, ich meine, wir kommen oder wir haben ja das Know-how von Immobilien. Was wäre denn, wenn wir sowas selber bauen und dann nicht nur eine Villa für uns, sondern eine Möglichkeit, dort ein Apartmenthaus hinzustellen, was wirklich schick ist, mit einem Rooftop-Pool, mit toll eingerichteten Wohnungen und das nicht nur für uns, sondern für mehrere. So, das war die Überlegung. Und rausgekommen ist dabei dann dieser Projektplan, das hat Julians Firma erstellt, ja, wie das Ganze aussehen soll. Also, das sind jetzt oben die Penthäuser zum Beispiel mit Solarpanels und das ist, wie gesagt, in Punta Cana, das kennen viele von euch, weil sie da schon mal im Urlaub waren, in irgendwie All-Inclusive-Hotels. Und was wird das sein? Drei bis vier Zimmer und ungefähr sechs Minuten zum Strand, also eine tolle Lage. Und warum macht man so einen Quatsch? Also, wir denken oder wir sind der festen Überzeugung, auch durch Analysen und so weiter, dass dieses in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Also, es wird immer mehr Menschen geben, die so wie wir auch unternehmerisch denken, unternehmerisch sind, die sagen, ich will eigenständig leben, ich möchte meine Zeit nicht mehr gegen Geld tauschen, sondern ich möchte meine Zeit an tollen Orten verbringen. Gerade in der Dominikanischen Republik kommen viele Amerikaner, kommen viele Kanadier, es ist einfach so ein Land, was ansteigt. Und wenn man sich jetzt überlegt, was passiert in den nächsten Jahren, wenn immer mehr Menschen Urlaub machen und auch immer länger, dann gehen die natürlich an Orte, wo es attraktiv ist. Und wenn man sich da jetzt was sichern kann, in Form zum Beispiel einer Immobilie, wird das so ähnlich sein wie in Hamburg. Ort nimmt zu, Preise steigen an. So, das ist die Überlegung dahinter. Da seht ihr mal, wie das geplant ist, wie das aussehen soll. Wie in der Größe 72 bis 206 Quadratmeter. Und ja, die Preise für diese Immobilien gehen los ab 135.000 US-Dollar. Das ist jetzt für so Menschen, die in Hamburg wohnen, jetzt nicht so besonders erschreckend. Und was man dafür bekommt, ist natürlich, ich sage mal so, erste Sahne und ziemlich gute Qualität. Und für euch als Immobilieninvestoren, wenn ihr auch so was vorhabt zum Beispiel, könnt ihr euch natürlich auch mit Menschen zusammentun und sagen, wir bauen jetzt unser eigenes Ding auf. Es ist immer die Frage, wie viel Vertrauen hat man untereinander und wie viel Vertrauen baut man untereinander auf. Weil ich bin immer dafür, dass man ganz offen miteinander spricht und sich austauscht und dann auch überlegt, wo kann man vielleicht Überschneidungspunkte haben. Und so kam das dann quasi mit uns. Was ich eben schon angedeutet habe, ist das Thema Mastermind und wie wichtig das ist, sich auszutauschen auf Augenhöhe. Was immer hilft, ist sowas wie hier in einen Austausch zu kommen. Mit Menschen, die auf Wellenlänge sind, die ähnliche Dinge vorhaben wie einer selbst. Und wenn man Abstand hat und das mit Abstand alles mal sehen kann, was man sich aufbauen will, was das Warum im Leben ist und sich das mit anderen zusammen macht, dann ist man in einer sogenannten Mastermind. Und wir machen das regelmäßig, wir tauschen uns aus mit Investoren, wo wir Tipps quasi weitergeben, auch zum Beispiel, wie kann ich denn Steuern sparen, ja. Wie ist das denn mit nach zehn Jahren steuerfrei? Es gibt auch das Modell schon nach sechs Jahren, habe ich jetzt letztens gelernt, auch durch das Thema Mastermind. Wenn man selber drin wohnt, wisst ihr ja sowieso nach einem Jahr. Und alles diese Dinge, die kann man super mal besprechen. Und was wir machen in diesem Jahr im April, wir fliegen ja wieder in die Karibik, das Projekt muss ja weitergehen, da muss ja der Baustein, sage ich mal, gelegt werden. Und werden einige Menschen mitnehmen, der Julian und ich, auf diese gemeinsame Reise hin zu mehr Eigenverantwortung, hin zu mehr Investment, finanzieller Freiheit und dort uns austauschen. Wenn ihr daran Interesse habt, sagt einfach Bescheid oder besucht die Webseite, da könnt ihr euch eintragen für mehr Infos auch zu dem Thema WAVE 23. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.